Hallo, hier ist der Guzua wieder. Es ist Donnerstag, es ist der 30.07. Der Guzua hat mega Bock. Ich habe gerade für das 100k Special von Lichtle, ich wollte schon sagen Disiax, so weit ist er noch nicht, die Google Play Karten geholt. Das seht ihr, beziehungsweise werdet ihr dann schon in einem anderen Video gesehen haben. Ja, so viel dazu. Ich wollte hier euch nochmal zeigen, ja bei dem Account läuft es halt auch gerade richtig gut. Ich werde hier nochmal kurz meine Mauern upgraden. Einfach, dass man das auch nochmal sieht, dass man nicht sieht, oh ja gut, okay, jetzt hat er hier wieder ein bisschen was hingeballert. Und, dass man da einfach wirklich ein bisschen mit dabei ist, wie das hier läuft. Und jetzt möchte ich nämlich, oh, ich würde gerne noch das letzte bisschen, ach nee, das lasse ich noch. Am Ende finde ich dann keinen Gegner und dann habe ich keine Kohle mehr. Da habe ich keinen Bock drauf. Und jetzt wird der King geupt auf Level 7. Dann, wie gesagt, es ist immer nur ein bisschen, aber ganz ehrlich, kommt, das muss sein. Und wie gesagt, ich habe es beim ersten Account komplett vergeigt. Jetzt wird der King auch rechtzeitig hochgemacht, dass ich wirklich im Maxed Out 8 Bereich, wenn ich das dann irgendwann erreicht habe, schön den King auf 10 habe und das läuft. So, und jetzt gibt es natürlich nochmal den ein oder anderen Raid und die werdet ihr dann hier sehen. Naja, okay, das war ein bisschen sehr schnell. Machen wir mal auf zweifacher Geschwindigkeit hier. Ganz normal halt. Da gibt es nichts weiter zu sagen, außer cooles Ding. Auf jeden Fall haben wir zu Null gemacht, einwandfrei. Und dann läuft das auch. Aber wie gesagt, da seht ihr halt einfach wirklich mal, dass es auch mit einem zweiten Account halt wieder weitergeht. Und ich dachte mir auch, naja, dann machst du jetzt nicht irgendwas anderes, was jetzt nochmal Zeit brauchen würde. Weil ich denke wirklich, der King ist wirklich noch so mit das Wichtigste, was man jetzt noch upgraden kann. Und, oh, hier, da darf ich wieder ran. Und deswegen kommt der King. Und wenn ich den Bogieturm wieder fertig habe, der ist ja in zwei Stunden durch, dann muss ich mal gucken. Also, äh, dann vielleicht noch irgendwas, um das Elixier wieder down zu bringen. Aber mal gucken, also da bin ich noch ganz offen für alles. Das ist so weit in Ordnung. Bloß wie gesagt, ich hab das echt gesehen. Ich hab den ein bisschen, den Account echt ein bisschen vernachlässigt. Äh, erzählt mal, was ist denn eure Meinung zu... Holy Shit. Holy Shit. Richtig geil. Aber jetzt nebenbei noch. Also, ihr zieht euch den einfach mal. Ihr gebt euch den mal und dann nebenbei. Ich hab, äh, gestern noch mal in Video vom John reingeguckt, vom Donjon. Äh, wie, was macht... Also, wie, wie ist das... Wie wirkt das auf euch? Also, weil ich hab dann auch in den Kommentaren so ein bisschen rumgeguckt. Äh, vielleicht werden auch, äh, mehrere kleine YouTuber haben mich ja auch gestern kommentieren sehen auf deren Channels. Und eben auch gesagt, äh, wie, wie kommt's denn, dass du hier bei mir kommentierst und sowas. Ähm, ich hatte einfach das iPad am Start. Und saß auf der Couch und guckte einfach so durch. Und, wie gesagt, ich möchte halt dann nicht einfach nur so, äh, Clash of Clans, sondern ich will halt eben wirklich was ganz, ganz Neues. Also, ich filtere auf die neuesten Videos. Und dann hat man ja automatisch auch kleinere YouTuber. Weil mir geht's eben nicht darum, äh, ja, äh, klar, ich guck mal bei Fred rein und so weiter und so fort. Aber, äh, es geht mir eben auch darum, was passiert Neues. Also, ja, was geht so in der Clash-Community ab? Und dann ist es natürlich ziemlich geil. Guckst einfach mal, filterst da auf Neueste und dann siehst du auf einmal von, von einem, wo man sagt, Oh, nee, der hat's total scheiße gemacht. Der, äh, der hat's berechtigt. Oder der ist berechtigt, dass er noch nicht mehr Abonnenten hat oder sowas. Und andere, wo du dir echt sagst, hey, cool, äh, das läuft bei dir. Und dann kann man auch gerne mal einen Daumen nach oben dalassen. Genauso wie ich mich halt eben über einen Daumen nach oben freue, freuen sich natürlich andere noch viel mehr. Und da hatte auch einer irgendwie drei Dislikes, wo ich dann auch dachte, naja, ich meine, ist natürlich jetzt noch nicht so von der Qualität her wie bei einem größeren YouTuber. Aber war vollkommen okay. Warum null Likes, drei Dislikes? War ein bisschen komisch. Und dann schreibe ich halt eben auch nochmal, hey, hier, mir hat's gefallen und so weiter und so fort. Äh, das fand ich ganz in Ordnung. Und da war eine Idee auch damit bei, hab ich noch nie, wirklich, kam mir gar nicht in den Sinn, aber das war eine richtig nice Idee. Und zwar mit diesem YouTuber-Raten. Also, dass da ein, ein kleiner YouTuber mit seinem Kumpel da zusammen, äh, YouTuber-Raten gemacht hat. Und dann, ja, hier, wer bin ich? Äh, habe ich über 10k Abos oder weniger? Äh, fand ich mega geil. Also, das hat mir echt gut gefallen. Und von daher ermuntere ich euch auch noch einfach, nochmal einfach wirklich zu filtern, zu sagen, was weiß ich, zum Beispiel Clash of Clans Deutsch. Ähm, und dann eben zu sagen, gut, okay, äh, am letzten Tag, beziehungsweise in den letzten 24 Stunden. Und dann seht ihr halt eben auch hier und da mal ein paar neue Gesichter. Fand ich richtig nice. So, auch cool. Ja, aber war, war Standard, kann man sagen, fast. So, gucken wir mal. Eine Verteidigung, gucken wir mal, was der Ex-Pact raushaut. Oh, der hat natürlich einiges da. Und, Minen und Sammler sind auch nicht leer. Also, die sind schon, äh, gut gefüllt. Aber man sieht halt eben auch, um ihn komplett plätten zu können, müsste man halt auch die Lager leer räumen. Und das wird mit der Armee, na, obwohl ich meine, ganz ehrlich, Fünfer-Boogies, man darf sie nicht unterschätzen. Und so krass oben ist die Base ja auch noch nicht. Also, von daher dürfte man mit den Fünfer-Boogies schon einiges reißen eigentlich. Genau, hier jetzt noch den Bohrer. Also, das wird dem Ex-Pact auf keinen Fall gefallen haben. Also, der Angreifer, der Moriano, der hat's gar nicht so verkehrt gemacht. Also, der hat schon das Beste rausgeholt, auf jeden Fall. Also, fast das komplette Dunkle. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Passiert noch was? Achso, jetzt ist Snack da noch das Rathaus weg. Da wird sich der Ex-Pact, denke ich mal, ganz schön geärgert haben. Weil da ist wirklich die Hälfte ist weg. Und das ist natürlich ärgerlich, auf jeden Fall. Aber, wie gesagt, wer COC spielt, der muss das auch abkönnen, dass man halt eben mal eine übelste Klatsche kriegt. Klar. So. Und da hat, ja, äh, klar, der war absolut nicht darauf vorbereitet. Der war nicht darauf vorbereitet. Ganz klare Sache. Und dann dieses immer, ach, na komm, ich, irgendwie muss ich's ja hinbekommen. Irgendwie, das klappt schon und sowas. Äh, ist ganz klar. Wirst du sehr, sehr oft bei so einer Base haben. Aber, denke bitte daran, wie gesagt, du hattest jetzt keinen Loot, den du, äh, zu verschenken hattest. Das war vollkommen in Ordnung. Von daher ist so eine Base vollkommen supergeil. Ähm, wenn du aber mal mehr hast, dann natürlich umstellen. Weil, wenn dann einer, sag ich jetzt mal, kommt wie ich, dann bist du halt gefickt. Sag ich mal. Aber ansonsten, wirklich, ist so eine Base cool. Auf jeden Fall. Könnt sagen, was ihr wollt, aber ich feiere diese Base. Zweite Wiederholung, wo der Gegner mit vielen Troopen, Troopen, mit vielen Truppen, äh, nix holt. Achso, ja, okay. Vollkommen richtig. Und wie gesagt, ähm, da, das glaube ich dir aufs Wort. Wenn ich so eine Base sehe, wenn du Low-Gegner hast, geht die immer. Weil kein Low-Gegner wird ein Golem droppen, weil es sich einfach in dem Bereich gar nicht lohnt. Und hier hattest du jetzt richtig Loot. Das war schon ziemlich nice. Ich hätte dich angegriffen. Klar, hätte ich dich auch geplättet. Da brauchen wir jetzt nicht den Dicken raushängen lassen, klar. Ähm, aber, äh, für diese, in Anführungsstrichen, kleineren, vollkommen richtig. Da levelst du übelst hoch. Ganz klare Sache. Draußen richtig viel. Und drinnen auch noch zusätzlich ordentlich was. Und eigentlich auch easy to getten, würde Disiak sagen. Und von daher gucken wir doch mal, was hier geht. Also, die Zeit ist relativ wenig. Also, sprich, äh, es bleibt nicht viel Zeit. Somit wird der Angriff jetzt nicht mega lange gewesen sein. Ja, hast dich wirklich, ja klar, wirklich in Anführungsstrichen nur aufs, äh, Minen- und Sammlerlehrmachen, äh, spezialisiert in dem Fall. Ich meine, klar, die Truppen, ah, hätte man mehr machen, ah, ganz ehrlich, guckt euch das an, das ist die Hälfte. Das ist über, etwas über die, ja, um und bei die Hälfte. Kommt, vollkommen in Ordnung. Da braucht man auch nicht rummeckern. Man hätte jetzt sagen können, oh, naja, hättest du reingehen können, aber hättest du wieder Sammler und Minen draußen nicht bekommen. Von daher vollkommen okay. Normal, sag ich mal. Das ist, wie gesagt, es geht, so hart, wie es sich anhört, aber es geht halt wirklich um Epic Raids, die wirklich mega fett sind. Und das ist Standard, das ist gut, aber deswegen guckt keiner direkt dieses Video an, weil das ist normal. So, da haben wir gut geholt, passt. Ist okay. Ich bin ja echt überrascht, dass wieder, ja, können wir nochmal durch, dass wieder wirklich so viel in der kurzen Zeit wieder der komplette Clan wieder voll gepostet wurde. Ähm, es ist immer noch der, äh, der, in Anführungsstrichen, gefakte Clan, in dem ich umher bin. Und, äh, weil der andere halt wieder immer noch voll ist. Ich, ich hab's wirklich nicht geschafft. Warum auch immer, ich vergesse das immer. Echt. Nice Loot, 400k von beidem. Sehr nice, auf jeden Fall. Und hier natürlich auch wieder das Wichtige. Wir müssen, wenn wir das alles haben wollen, auch an die Lager. Ganz klare Sache. So, und ich würde jetzt tippen, das klappt nicht. Also mit dem, aber ist krass, ist echt krass, dass, wie, wie er sagt, 400k von beidem. Ganz ehrlich, ich hätte noch gedacht, dass im, vom LX-Lager her, noch mehr wirklich, ähm, drin ist. Also, dass, dass draußen in den Sammlern nicht so krass viel ist. Aber, 405k von beidem. Oh, und das ist fast noch ein bisschen knapp hier. Oh, das wäre noch was gewesen hier. Aber, mega nice. Also, ganz klare Nummer. Das ist cool. Das soll es erstmal dazu gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich will die Videos jetzt wieder ein bisschen was verkürzen. Sonst ist das ein bisschen too much. Ihr haut rein. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao, ciao.